Laufen wir mal weiter Und wenn da fällt, dann schreit da Hä, bin ich ein Ninja oder was? Ja, ich hab's kaputt gemacht Ich würde sagen, wir machen gleich Oh, not, oh, what Ganz im Ernst? Ich glaube, man muss oben rüber Hä? Versteh ich nicht Ja, warum springe ich gerade, wenn das... Denk doch mal nach Klein Limbo Und uns ausgebstzt hat und jetzt laufe ich Komm, geh aus! Und wir fangen mal weiter Mit der reingefallen in diese kackige... Gah, mh... 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 Gh... Gh... Mh... 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 Dauer on jetzt oder was hier? Mh... 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 Nee, nee, jetzt. Oh, der kann nur noch... Der kann sich nur noch um Stülpen handeln hier. Jetzt renne ich. Spring ich. Rüber, rüber. Boah, war das Kinner. Okay, jetzt gehe ich hier runter. Ich bin am Leben. Dumm die die. Jetzt springe ich falsch und dann bin ich voll drin. Für immer aus jetzt, bitte. Batman. Deswegen ist auch die Regenrinne. Das L sieht mir gruselig aus. Will du halten? Oha. Okay, jetzt. Sieht mir nicht sehr stabil aus. Glasdach. Denkste. Puppe. Was ist denn das hier? Leiterwagen? Ich fetch ein. Hä? No, 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 no. Ganz im Ernst. Ich glaube, man muss von einer höheren Position da rauf springen. Ich muss mich nicht nur warten. Ich muss nicht nur warten. Das ist ein Meer gerissen, oder? Krille, Krach, Krimmel, Krabbel! Muss ich irgendwie anbinden? Don't far away! Was ist denn da oben, das? Das ist ein Seil, oder? Ding, ding! Das ist ein lustiges Spiel! Boah, Leute! Ich stell mich aber auch an hier, ey! Da, da, da! So, jetzt ein Stück zurück! Stay there! Jetzt geh ich zurück! Anlauf! Hey! Hast du's schon mal gemacht? Geh guck, ne? Warum springt der denn da nicht rauf? Also, manchmal denke ich, das ist ein bisschen... Ja! Ja! Oh, ich hab nicht gewartet! Kann sein! Okay! Noch ein Versuch! Spät haben wir's denn schon! Wir müssen bald mal raus und schaffen wir das nicht! Dannも mal raus! Schüchü-schü-schü-schümm! Schüchü-schü-schümmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm! Rhyme! Kama-yero! Wollang? Ich will aber gucken, was links ist. Siehste? 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 Ja. Zum Glück muss ich nicht nochmal das Ding mit dem... Okay, wie kann man das machen? Oh, weg, 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 weg. Papau. Da ist doch irgendwas. Ey, wenn die da schon so eine Falle hinmachen... Ha. Hat der Kleid ne süße Füße. Jetzt krieg ich wieder hier so'n scheiß Schleim hier rein. Ja. Ach, deswegen musste ich das Ding erstmal wegmachen. Because... Siehste? Wie der rennt mit seinem kleinen Glubschi da oben drin. Das ist voll eklig, wa? Stell dir vor, du kriegst du in der Nacht so'n Ding. Und auf einmal läufst du gegen die Wand andauern. Fluppel, 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 fluppel. Da ist ne Kiste? Aber er will nur nach rechts laufen, ne? Ja. Because ich sterb jetzt, la, 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 la. Because ich weiß nicht, wo's lang geht, la, 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 la. Das macht mir Angst, la, 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 la. Was ist das? Nein, ich hätte da rüberlaufen... Ne. Doch. Verdammt! Auf ein Neues, meine Damen und Herren. Come on. Come on. Chibbel, chibbel, chibbel. Ich weiß, wie's geht. Einfach hier laufen wie ein Zombie. So richtig langsam. Das wird klipp. Boah, wie ich geil bin. Ich weiß, wie's geht. Äh, man geht auf den Kasten und springt drüber. Timing ist das, ja. I'm a zombie. I'm a little zombie. Ich kann wieder zurück, wa? Ich muss jetzt hier rein? Na, zurück, es geht nicht. Aber wie soll ich bitte da vorbei? Wie komm ich dann wieder zurück? Wie komm ich dann wieder zurück? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ich trink jetzt mal was. So spannend ist. Alter. Kann ich jetzt wieder aufhören? Nein. So. Da komm ich nicht mehr hoch. Oder ich muss warten, bis das hier ganz runter geht. Dann lauf ich und springe dann. Geht nicht. Ich kann mir nicht weiter. Wie? Hm? Man kann aber nicht so schnell laufen, wie sich das Ding bewegt. Man kann den Rad ziehen. Ich bin hier im Geschäft. Was haben wir denn hier? Eine Kiste. Schnappen wir uns die mal. Und schieben sie, und schieben sie, hier hin. Nee, schieben wir nicht dahin. Die schieben wir nämlich genau dahin. Klettern rauf und springen da nicht hin. Komm mal nicht rauf. So, fahre ich da weiter. Oh. Hm. Hier war nix mehr, ne? Hier hab ich das Schleimding bekommen. Ja. Ja. Ja.